Kapitel es Clyde des Er PRESFLautres Rollano sondern Finde ich zouden Lohm Obwohl ich konnten muss auf 14 Mortain und nie doch das abzubauen es ist Premo Borgm dannATE der westliche oc kehr dud für niemals ein Page Geld kaufen. Ich krieg's zu Weihnachten. Was? iPod! 5, oder? Was? iPod 5? Gibt's? Echt? Ja, der hat auch einen 16 zu 9 Bildschirm und alles. iPod 5? Jetzt tut das in Kench. Ich dachte, iPhone 5 gibt's. Gibt's auch. Nee, nee, es ist ein bisschen älterer iPod. Nicht älter, aber... älterer iPod. Muss jetzt nicht teuer zu sein. Hauptsache, was? Sie Apps drauf machen. Und ein guter Foto. Ja, was hast du? Kauft doch gleich ein Handy. Nein, das ist scheiße. Ich brauche iPod. Apple sucht die oder wie sag ich dazu? Apple-Schwuchti. Ja, das auch. Ich hab ne Enderperle. Ja, dynamisch, Max. Dynamisch. Und jetzt hau einfach ab, du scheiß Hässlon. Na egal, wir haben schon über 30 Eisen geschmolzen. Ähm, brauchen wir unten noch irgendwas? Oder wo bist du? Ja, wir brauchen Diamantengold und sind schon zu scheiß. Und ich hab erst... was hab ich gefunden, aber... ich ernsthaft fähle. Das ist ne echte Spinne. Keine Cave-Spider. Was? Ne echte? Achso. Da ist ne echte Spinne auf meinem Bildschirm, weißt du? Oh, eins. Und da ist ne Bers. Ich glaub, ich hab hier nen unentdeckten Teil. Kann auch sein, dass ich's nicht rausgeläutet hab. Weil ich keinen Fakten mehr hatte. Ja, ist das dein Name? Yay. Du bist auf der gegenüberliegenden Seite von diesem komischen Ding. Oh ja, hier geht's weiter? Früh, 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 früh. Äh, Ruffelcopter. Okay, ich bin jetzt auf Höhe 28. Das ist immer noch scheiße. Ah! Ah, Emerald. Wirklich? Ja. Oh, ne. Oh, 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 ich dachte grad, das wäre... Oh, ich dachte grad, das wäre... Oh, noch ein Emerald. Oh, meiner. Warte, 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 warte. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ja. Hi, Zombie. Komm, dropp uns ne Karotte. Sie drum, Karotte, lol. Ja, auch Zombies ernähren sich gesund. Mhm. Veganer. Die essen nicht nur Brains. Ah, guck mal, noch ein Emerald. Wirklich? Oh. Schön. Und Eisen und Zeug. Und da unten seh ich ein Skandet. Ja, wir haben den Vorteil, weil wir leben jetzt in nem... ...Hochbergegebiet, oder wo sind wir? Extreme Hills. Ja, und ihr könnt den Seed gerne haben, das ist mir scheißegal. Wie ist der Seed? Oder wie ist der... Ne, den kann man ja gar nicht mehr anzeigen mit F3. Ha, ihr Noobs. Wer dachtet, bekommt den Seed? Ich könnte jetzt natürlich auch was Slash Seed eingeben, aber ne. Lol. Das Seed ist Minus 7, 7, 06, 06, 01, 5, 2, 05, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 7. Bounce in your face. Und jetzt ist er weg. Na, habt ihr euch gemerkt? Habt ihr euch gemerkt? Habt ihr euch gemerkt? Werde die auf diese Welt spielen? Also, für Max, für Maximus seine Service-Nummer, wählen sie jetzt die 7, 7, 06. 7, 7, 7, 06, 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 06 was ist mit den liebgegangen heute hier quälerei heute fast immer heute ich sehe immer und gold und ganz viel gold und diamanten wir sind ja auf einer erfolgreichen Höhe immer noch 22 ich könnte mal die Helligkeit hochdrehen kämpfst du gegen ein Zombie oder ist der hinter mir der ist wohl hinter dir bei mir ist jetzt keiner hier ist lapis lapis wie viele Diamanten hast du jetzt ich hab emerald ich hab emerald ich hab emerald weißt du komm mal zu mir ach da bist du ja schon ich hab emerald hab ein emerald gefunden ich hab lapis und ohrenweh mal gott lapis und ohrenweh hab noch einmal gefunden noch eine emerald hab komische nervige experience points von nemodeut gekriegt hab lapis lazuli gefunden ja check that you're fucking amazing in sex ha ha bist du da bin ich und ich froh ihn hier mal ein Co rennt hier rum und sammelt irgendwas tue mal irgendwie niedlich und so das mögen die Zuschauer ja naja das ist erotisch das will ich nicht gut äh ich hab Zeug noch mehr Eisen das reicht mir nicht ich will jetzt wieder das muss einfach das gibt ja nichts kann man nicht what the fuck oh god oh god er hat mich angeguckt ich hab schon drei andermans gekillt er hat mich angeguckt ja und und er macht so oh so schreckliche geräusche und es ist tot oh der macht so schreckliche geräusche oh da ist noch einer noch einer den hab ich jetzt aber angeguckt wir sterben und noch einer wir müssen spawnen du sollst mir doch in den Weg ein Larcher wieso bist du eigentlich was sind das für da steht er im Eck scheiße hey der hat's Maul offen lol wo bist du ich bin falsch doch ist richtig die lauf dir entgegen ne aber ich bin auf der anderen Seite ne es endet so gewissermaßen ins gleiche Loch hallo du du darfst keine Flitter mal so angreifen sie sind urheberrechtlich geschützt fuck fuck immer fuck the police haben wir noch einen emerald gefunden gehabt bist ein kacknoob mal go hinter dir was ist denn boah ein zombie wie schlimm mit OCD habe ich keine Angst mehr vor denen hast du vor Angst vor denen ich muss aber auch redstone ne nur noch sechs fackeln kann ja wohl nicht angehen wo ging es denn da runter wo du bist da Eisen mitnehmen Marco Eisen ich habe noch drei fackeln und da oben ist noch eine cave spider hier geht es runter da unten ist auch eine cave spider auch euch für das geil das Geräusch von den Skeletten j er jetzt ne flöder muss kann man die eigentlich auch irgendwie ins Haus kriegen die spawnen wenn es zu dunkel ist in deinem Haus auch no ich habe gerade eben das Ding einen Block abbauen ich habe es nur so vorab gebaut laber kein Müll oh oh jetzt verpisst dich von meiner Eisen oh da hängt eine auch wie süß cool cool da geht sich gut schon das Ende langweilig ja such einfach weiter nach Eisen und allem da 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 ich komme nicht hoch ich bin zu fett hey da unten liegt Eisen drin da hast du es nicht aufgesammelt so ich komme nicht hoch so jetzt zu fett zu fett für die Welt erlöse die Welt von deiner Fettigkeit din da klein fiesen gemeintel alt Tgaus will sind gemeint ho ho hoch neutz ich will nicht kennt. Seid ihr dumm? Fledermaus. Fledermaus. Wir müssen nur noch ein paar Blöcke runter. Wir sind schon auf Höhe 21. Ja, mach halt. Bisschen runter. Noch ein bisschen runter. Ein bisschen. Dann durchs Bedrock. Und dann noch ein bisschen. Auf was schlägt man eigentlich auf, wenn man unterm Bedrock durch ist. Weil man tötet, man tötet den Tod. Man fällt weiter. Und dann vor Ort auf der Welt. Wir kommen jetzt mal irgendwie Weltallgebung. Ja, so ein Mond zum Beispiel. Ja, genau. Und dann drauf könntest, wo du dann was zum Beispiel bauen musstest, damit du Luft hast. Genau. Aber auch nur begrenzt. Dann muss es hier wieder neu bauen. Ja, muss da wieder runtergehen. Aber das alles, wenn du neues Bio machen musst, ist alles kompliziert. Fotokranchi scheiß, wäsch du? Ja. Und Leute, die das Video angucken, ein Hero Brian ist auch auf dem Server. Also der möchte sich noch bei allen bedanken, dass sie ihn so voll geflamed haben und alles. Get that, bitch. Wie viele Eisenblöcke hast du? Äh, kein Eisenblock. 24. 24. Hast du verstanden? Nee, 24 ist das. Was ist das? Äh, ist, ähm, ja, wie heißt's? Der Sinn des Lebens. Nein, 42 ist das Sinn des Lebens. Ich 44? Ich 42. Bist du dir doch ganz, ganz sicher? Nach Siri, Paragraph 395, ähm, Apple. Apple? Apple? Schön böse immer sein, Apple? Ja, schweben Schienen in der Luft, Apple? Was soll der Scheiß? Habt ihr auch die Jab was killed, App? Auf eurem Android-Smartphone? Der Skandal. Bei Steve Jobs wurde ein Android-Handy gefunden. Dadadadam. Lol. 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 Da war noch ein Creeper. Lol, ja. Lol.